Ja, und ich finde, was ja da sehr, sehr gut dazu passt, und ich muss dazu sagen, ich mache das natürlich auch schon länger nicht mehr, also wie gesagt, das ist jetzt keine irgendwie kontroverse Meinung, die wir beide jetzt vertreten, aber das hat jetzt tatsächlich durch dieses eine volle Jahr wirklich richtiges Journaling machen, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, das habe ich jetzt zuvor auf der Ebene noch nie so richtig gemacht, ich habe vor ein paar Jahren immer wieder mehr oder weniger Journaling gemacht, aber das war mehr der Fokus auf das Schreiben und nicht so auf dieses Entwickeln und Reflektieren, wie das jetzt seit letztem Jahr konkret der Fall ist, und das ist halt so eine Geschichte, wo es erst recht keinen Sinn macht, einen fast beliebigen Zeitraum herzunehmen und zu sagen, ab jetzt passiert was Neues oder passiert was anderes, weil, wie wir es ja auch oft sagen oder einbringen, ist natürlich die Grundlage des Journaling vielleicht, wenn man es wirklich aus der schulischen Philosophie wieder hernimmt, also auch schon oft genug erwähnt, da ging es darum, dass ich jeden Tag in der Früh meinen Tag plane oder zumindest bewusst mache, was ich machen möchte, und am Ende des Tages, jeden Tages, mache ich eine Review darüber, wie dieser Tag denn gelaufen ist, und dieser Review kann sich ja wie immer auf ganz unterschiedliche Bereiche beziehen, auf die Arbeit oder auf meine Kommunikation oder auf meine persönlichen Beziehungen, und wenn ich das mal jeden Tag in einem Prozess mache, dann stellt sich natürlich die Frage, ja okay, dann gibt es ja keinen Anfangs- oder Endpunkt, also ob ich dann jetzt den 31.12. schreibe oder den 1.1. macht ja keinen Unterschied, weil ich ja sowieso jeden Tag sozusagen aufs Neue mir plane und dann reviewe, und das ist natürlich eine interessante Frage, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, beziehungsweise wir haben nicht im Detail bisher darüber gesprochen, wie man vielleicht mit größeren oder längerfristigen Planungen umgeht, weil in unserem Fall, wenn wir das Journaling erwähnen, dann haben wir natürlich immer darüber gesprochen, dass das ja immer so eine Tagesgeschichte ist oder maximal für eine Woche oder vielleicht ein Quartal, was aber mehr auf die Arbeit bezogen ist, und da ist natürlich die spannende Frage, wo ich vielleicht noch die Argumente nachvollziehen könnte, wieso man Neujahrsvorsätze macht, ist, weil das zumindest das Gefühl gibt, dass ich auf einen längeren Zeitraum etwas plane, weil wenn ich den 1.1.22 habe, dann bedeutet das, ich werde für die nächsten 12 Monate dies und das machen. Und da ist halt nämlich die Frage, wie gesagt, im Kern verstehe ich das Argument, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ja, wie plant man für 12 Monate? Also macht es ja mehr Sinn, kleinere Elemente zu finden und die dann vorwärts zu bringen.